Mein schönster Urlaub war bisher Australien. Definitiv, wir haben auch die Südostküste Australiens bereist, selber mit dem Mietwagen. Und wie gesagt, das war wirklich traumhaft schön, vor allem die Natur und die Kultur, auch die vielen netten Leute. Es ist wirklich ein ganz anderer Flair wie bei uns. Wir waren unterwegs, also in Sydney sind wir gelandet, haben wir dann vier Tage Sydney angeschaut, ist wirklich wunderschön. Die Opera ist der Wahnsinn, vor allem das Hafengebiet ist wirklich sehr schön, vor allem auch zum Essen gehen. Also es war wirklich der Wahnsinn, die Stadt ist echt der Hammer. Dann waren wir in Melbourne, haben wir uns wie gesagt ein Van gemietet und sind dann von Melbourne aus die Great Ocean Road abgefahren. Und das war wirklich das schönste Erlebnis, das ich je gehabt habe. Ja, das Essen in Sydney war wirklich sehr gut, vor allem Fisch und Kängurufleisch haben wir probiert. Ansonsten haben wir eigentlich nur in unserem Camper praktisch selber gekocht, meistens Nudeln mit Tomatensoße. Also nicht so der Luxus, aber der Weg ist das Ziel in Australien und es gibt wirklich sehr viel zu sehen. Mein absolutes Highlight war eigentlich wirklich generell Sydney. Es ist wirklich die schönste Stadt, wo ich jemals bereist habe und der Flair von den Leuten, weil es sind so viele nette Leute, hilfsbereite Leute, es ist einfach ganz anders wie bei uns. Wenn es noch mehr gibt, über das euch informieren wollte ich übrigens gern für euch da und berate euch über eine Mietwagengrundreise in Australien. Ich freue mich auf euch einen Anruf und bis bald!